trotzdem hängen wir teilweise fest es ist doch es ist doch so brutal das ist dann immer normal oder ja super hat er mal hier ein paar fotos das ist doch unmöglich ja und da kommt der stein runter von der straße hallo mensch leute was macht ihr denn der tank ist bis zum rand voll und wir sind startklar mit dem mercedes-benz arocs hier in euro truck simulator 2 und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge heute in bolivien bolivien kennt man aus ghostreak und wildlands aber unter anderem jetzt auch aus euro truck simulator 2 denn wir sind auf einer riesigen map ja die eaa map die hat so ein riesen spektakel an karten straßen allem drum und dran also wir sind ja schon ganz weit westlicher brasilien in der gegend peru bolivien alles drum und dran schaut euch das mal an das ist der reinste wahnsinn link ist wie immer in der video beschreibung auch buenos aires ist dabei und wenn man dann nach rechts geht dann kommt man hier irgendwo mal wieder genau nach europa in dem bereich also man sieht allein wie viel karte hier allein dazu gekommen ist es ist der wahnsinn locker noch mal das doppelte so nach dem motto wir sind heute jetzt hier in coroico und müssen runter in bolivien natürlich zu el alto dort müssen wir nämlich unsere schönen bohnen abliefern und dafür haben wir uns natürlich ein entsprechendes gerät besorgt denn heute wird es richtig richtig holprig wir brauchen dafür einen schönen mercedes benz arocs jetzt denken sich wahrscheinlich einige warte mal arocs sagt mir jetzt nichts ich kenne axros der axros ist auch der ist alles mal fernfahrer lkw schlechthin bei uns der arocs wird dann eher im etwas schwierigeren gelände eingesetzt wie man auch sehen kann der ist vorne nicht ganz so tief und der ist halt auch ein bisschen robuster so muss das natürlich sein das ist auch unter anderem ein wir fahren direkt los hier in coroico das ist so ein bisschen ich würde sagen das ende der welt ja wenn man so die karte betrachtet aber deshalb ist auch der weg nicht so gut ausgebaut das heißt wir brauchen geländegängige fahrzeuge und genau hier sollen wir auch schon unseren schönen hänger abholen dann schauen wir mal gleich was es wird aufträge und natürlich haben wir heute nur ein einzigen hänger kein tandem denn das würde sonst nicht funktionieren auf der straße ehrlich nicht wir haben sechs tonnen bohnen von coroico nach el alto bolivien nach bolivien jawohl sehr schön kriegen dafür 1500 euronen dann einmal rückwärtsgang man muss echt sagen halt mal der sprit ist extrem günstig übrigens der gute hier hat ich glaube vier rückwärtsgänge oder so drei oder vier rückwärtsgänge und natürlich eine beleuchtung hinten dass wir das auch bei nacht besser sehen können das ist auch sehr gut dann kann man umso besser rangieren so wir hängen den hänger an und fahren dann direkt auch schon los ja und ich muss ehrlich sagen ich bin ja immer mal wieder auf der suche nach so monzen also ich schaue okay was gibt es so welche mods kommen so in frage und so weiter und so fort und bei dem muss ich ehrlich sagen der ist mir so ein bisschen ins auge gesprungen denn hier fahren auch andere lkws rum ja teilweise richtig uralte vbs teilweise uralte mercedes lkws die man sich dann auch hier kaufen kann selber fahren kann also sehr sehr cool was es da alles gibt auf der karte was nur die karte beinhaltet und dann eben die komplett unterschiedlichen kulissen von brasilien rio de janeiro bis jetzt hier nach bolivien nach peru und so weiter also wirklich wahnsinn ich habe auch nur einen kleinen ausschnitt gesehen aber leute wir müssen uns das anschauen also wer das auf jeden fall sehen will darf gerne mal den daumen da lassen und natürlich das abo nicht vergessen sowie natürlich gerne in die kommentare schreiben wir fahren jetzt nämlich eine wirklich heftige strecke zumindest schaut sie auf der karte sehr kratz aus ihr seht ihr hier ganz die straßenbelag das lenker ist auch ein bisschen am vibrieren ist natürlich fort force feedback an ich hoffe dass man mich da noch verstehen kann wenn dann das lenkrad eskaliert er merkt jetzt schon hier im lenkrad also das zittert ganz schön aber das werdet ihr gleich noch mehr sehen also hier auch in ets 2 natürlich schaut euch das jetzt mal an hier das ist ja übel allein jetzt schon hier bei 50 sachen ich meine lkw der wackelt auch entsprechend man hört die federung muss arbeiten und der hänger schaut euch die mal an ja der dry liner jawohl alter schwede das ist echt krass ja schaut euch das an da muss er richtig arbeiten da merkt man es richtig ein kleines manko von dem schönen arocs hier er blinkt in den innenraum schaut mal hier den fußraum das ist der einzige ich sage jetzt mal negative punkte nicht so gefunden habe ansonsten der innenraum ist jetzt dem aktor ausgleich ich glaube aber in echt hat er einen anderen so und natürlich haben wir die 625 ps am start die der schöne arocs so hat aber schaut euch das mal an wie krass der arbeit muss weil die straße so verdammt unheben ist deswegen werden jetzt gleich auch auf ein paar leutchen stoßen nehme ich an deswegen habe ich jetzt auch die rundumleuchte angemacht wir sind hier sehr gut ausgestattet man sieht ja konvoi exzeptionell obwohl wir jetzt heute gar nicht mehr so exzeptionell sind so außergewöhnlich aber gut es ist immerhin schweres gelände da schadet es nicht wenn man mal gesehen wird und allein hier merkt man ja schon das ist ganz anders als alle unsere ruten die wir bisher so gefahren sind eine dankstelle hat es trotzdem hierher verschlagen das ist der wahnsinn so dann schauen wir mal kommen hier rum ja sehr schön schön ausholen das ist so ein bisschen dann immer das problem bei den engen sachen und schaut euch das mal an hier ich meine man kennt ihr so ein bisschen noch aus ghostry wildlands bolivien mit den riesen bergen oder kommt sogar ein heli riesen bergen schöne landschaften blaue gewässer schöne flüsse auch und jetzt hier das ist echt heftig echt heftig und darum der heli drüber ja wohl sehr schön aber wir müssen uns jetzt konzentrieren wir müssen ja arbeiten ja die sechs tonnen bohnen müssen ja entsprechend zum kamikaze lock company das heißt da müssen wir uns ein bisschen daran halten dass wir auch im zeitplan nicht quasi nach hinten kommen und ihr merkt schon ich kann auch schneller fahren hier wir können ja mal gucken wie schnell aber je schneller man fährt ja desto heftiger werden die holperer jetzt schon über 106 kmh alter schwede aber wenn ich sobald ich von gas gehe jetzt ich bremse gar nicht ihr merkt man wird sofort viel langsamer das ist halt echt krass so und hier kommen wir jetzt auch schon auch man ja zu den ersten kleinen herausforderungen und zwar wenn man darunter schaut ja ich will nicht sagen dass da nichts ist aber leitplanke hätte dem ganzen auch nicht geschadet aber deswegen coroico ist halt wirklich ist das letzte dörfchen danach gibt es nicht mehr groß weiter und das ist hier noch nicht gerade die engste stelle nehme ich mal an das ist hier schau dich das an da hält sogar ein hänger leicht vorsicht bin vorsichtig ja da muss man auch echt gut aufpassen mit dem ausholen und auch hier oben mit der steinwand kommt ja auch ein bisschen raus man da nicht hängen bleibt aber mit dem hänger ist es hier keine chance also wenn man da langen tandem hänger hätte da kannst du nichts machen da musste zweimal fahren da lohnt sich das nicht und das navi sagt ja voraus dass die kurven jetzt nicht unbedingt viel freundlicher werden aber ich finde es eben auch cool immer die herausforderung und euch gefällt es ja auch ich lese immer wie es euch auch gefällt wenn wir hier mal ein bisschen am abhangen unterwegs sind runter ja schön schaut euch das an schaut euch das an vieles da nicht mehr und und wir hängen trotzdem trotzdem hängen wir teilweise fest es ist doch es ist doch so brutal das ist dann immer normal oder moment also ich muss schon sagen ich wüsste jetzt da nicht wie weit ich noch fahren könnte wenn ich da nicht die ausnahmsicht hätte das herunterrutscht dann probieren wir einfach so rum zu kommen ja geht schon besser so viel steht fest aber ja mit gegenverkehr brauchen wir da nicht arbeiten nehme ich mal an so da hat es auch direkt ein scheinbar stillgelegt was der da macht weiß ich auch nicht vielleicht kommt er nicht mehr weiter an platten oder so das kann gut sein das ist ja das nächste wie soll hier eine pannhilfe hinkommen fast unmöglich da kommt jetzt gleich eine spitzkehre doch mal schön aus müssen wir reinschauen in die spitzkehre da läuft auch ein bisschen das wasser runter jawohl sehr schön so hoch da hoch da hoch da hoch da schön auf dem gas bleiben oh ja der hänger da haben wir noch genau rechtzeitig gas gegeben damit der hänger nicht irgendwo runter knallt das ist echt heftig ja unser kunde erwartet die lieferung sehr bald schaut euch mal hier die schräglage an kann man mal so machen das schwede da darf man nicht das gewicht oben haben sonst könnte das kippelig werden ja einmal jetzt hier um ja super ja super wer hat sich da überlegt zu packen alter schwede schaut euch das mal an hier servus kollege hätte es dann doch mal lieber den aros aros genommen da sieht man mal den kleinen alten bruder und aktros ja wohl sehr schön spieler da auch nicht eingeklappt also muss das und da unten schaut euch das mal an ein richtiger dampf der hochsteigt was echt krass finde ich schon nicht schlecht so okay jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen die spiegel im auge behalten und sieht aber gut aus momentan wir fahren noch ein bisschen geradeaus vor ein lenken jetzt ja sehr schön und hier sind halt riesige steine erder rechts würde spielen müssen aufpassen was hatten der für unterboden beleuchtung ja super hat er mal hier ein paar fotos aber das ist doch unmöglich ja und da kommt der stein tut mir leid aber das jetzt schauen wie wir hängen doch nirgendwo jetzt alte schwede die leute haben echt runter von der straße hallo hier mensch leute was macht ihr denn da unten steht auch einer der steht aber echt stabile wenn der da abrutscht das ist auch keiner mehr er schaut dann schaut euch den an da den den immer mal mit da steht so dass wir gar nicht vorbeikommen können der wahnsinn alter schwede da merkt man mal das sind hier gerade mal 140 kilometer die wir haben von koro eco runter aber es reicht schon durchaus aus um hier etwas länger zu dauern ich würde jetzt mal sagen ich denke da müssen wir uns auch aus holen da stehen sie nämlich auf der anderen seite der hänger aber beides haben wir schon mal gemacht hat schon mal funktioniert eine idee schwung schwung ist das beste und wir pumpen ein bisschen hier rein jetzt die feststellbremse lösen und dann einfach anziehen hier jawohl 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 das war ganz knapp ah boah alter schwede schau dich das mal an wo der reifen steht gut dass der so gut einlenken kann alter da war ein bisschen flott unterwegs du und was haben wir hier gemacht steinschlag stein runtergekommen das ist ja auch immer gefährlich aber da sind wir schon auch in der äußersten kante mit dem rechten rad ja ja der hänger ja und vorsichtig ja funktioniert aber noch das kann die federung noch mitmachen der hänger darf bloß nirgends wo andocken ja alter sehr schön weiter geht's das ist hier echt immer krass besonders bei dieser holper strecke wo man auch schlecht grip bekommt alter schwede aber wir haben es scheinbar geschafft auch gott sei dank befestigte straßen befestigte straßen das ist doch der wahnsinn wahrscheinlich werden wir jetzt auch mal wieder ja zivilisation so muss es sein da ist der bruder der aktros alter schwede also schreibt mir mal bitte in die kommentare ob das jetzt nicht die heftigste route war die wir bisher gefahren sind ich meine die todesroute die wir mal hatten die war halt echt gefährlich aber auch wegen der geschwindigkeiten wegen gegenverkehr definitiv aber die war halt nicht so holprig bloß die jetzt gerade die sehr holprig dann hat den steilen abhang dann hat die hindernisse die hat ja alles nach einem also die hat ja übrigens den krassesten abhang den ich je gesehen habe wenn du da ein bisschen drüber kommst dann muss schon ja ein fallschirm dabei haben würde ich mal sagen sonst sonst brauchst du niemanden mehr rufen ja also ich muss schon sagen echt heftig aber genau dafür ist ja der arocs gedacht auch mal ein bisschen gelände auch für etwas härteres gelände ich weiß gar nicht ob der theoretisch differenzial sperren hat oder hätte ich kenne auch die genauen unterschiede ehrlich gesagt zum aktros natürlich nicht aber ich glaube den gibt es auch mit differenzial sperren womit man dann den auch zum beispiel mit als keine ahnung transporter für so steinbrüche nehmen könnte das war knapp der hänger hat scheinbar ihn erwischt gut nicht zu unserem leidwesen ein bisschen flott unterwegs in der kurve aber der kann das auf jeden fall ist der gute können wir jetzt auch mal die rundum leuchten wieder ausmachen ich finde auch der gefällt mir sehr gut deswegen habe ich auch diesen arzen skin genommen den kenne ich gar nicht seit eine firma in de als belgien wahrscheinlich zu sein kenne ich gar nicht aber fand ich recht schön wegen dem schwarz gelb passt irgendwie so dann ihr gaming ein bisschen und deswegen habe ich mir gedacht nehmen wir den heute mal passt auch sehr zum arocs und hier ist eben auch die aussicht geil man muss sagen so ein bisschen was von ghostwink wildlands hat also zumindest von der kulisse von den bergen auch von dem grünen aber ansonsten gute solche sachen hier unten es ist halt immer noch mod da wir nicht vergessen aber ich finde es echt cool weil wir werden hier so viel in dieser einen karte in dieser einen moment noch so viel leben können in brasilien in argentinien ich glaube argentinien dann in peru in bolivien und so weiter ich kenne ich weiß gar nicht was da alles drin ist also echt viele auf jeden fall und ihr habt ja allein seiner karte gesehen wie viel städte uns da erwarten ja deswegen können wir gerne wünsche in die kommentare schreiben wo wir denn als nächstes hin sollen vielleicht gibt es ja noch eine gefährliche route die karte so riesig das ist sicherlich die einzige die richtung kaff geht wo wir dann extrem vorsichtig sein müssen und eben eine extrem heftige strecke haben deswegen schreibt mir auf jeden fall in die kommentare also ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Abgabestelle finden, so gesehen. Unsere Firma, wo wir es hinliefern müssen. Was ja nicht allzu schwer sein sollte, dank Navi. So, das heißt, hier dann noch rechts. Das war eine kleine Abkürzung jetzt scheinbar, weil sonst hätten wir auch einfach auf der Hauptstraße bleiben können. So, sehr schön. Ja, die grüne Welle, so muss das sein. So, da vorne müssen wir hin. Aber ich bin vorerst, ja, ich kenne ja noch nicht viel von der Map, wirklich beeindruckt von dem, was es so alles gibt. Von dem, was hier jetzt so quasi an Kulisse allein geboten wird. Finde ich sehr schön. Und auch der Arox gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, einziges Manko, dass man eben in den Innenraum rein blinkt. Das sieht man auch, wenn man jetzt hier blinkt. Man schaut mir hier einen Radkasten, da blinkt es auch mit so ein bisschen bis hinter eigentlich zum Tank. Also, es ist so eine Sache, finde ich, mit dem schönen Blinker beim Arox. Aber, da das gefällt mir sehr gut. Der Innenraum ist halt Actros Standard. Das finde ich, ja, okay. Wäre halt schön, auch mal in den Innenraum zu sehen, der jetzt nicht Actros ist. Aber, man darf nicht vergessen, es ist ein Mod. Und da finde ich es auch schön, dass eben auch die Außenhülle etwas anders ist, etwas anders gestaltet. Sieht halt echt aus wie ein Arox, ne? Und der kann halt durchaus etwas mehr Gelände als jetzt der schöne Actros, der dann eben für die Autobahn eigentlich gebaut ist. So, Kamikats Lock Company, das ist die richtige, scheinbar. Wo ist denn da die Einfahrt? Der sagt bis ganz hinterher. Mal schauen, ob das stimmt. Sieht gut aus, ja. Also, da würde es nicht weitergehen. Aber hier geht's weiter. Sehr schön. Auch schöne Einfahrt, hier muss ich ehrlich sagen. Mit den Schranken auch, vor allem mit der Ausfahrt ganz am Anfang. Das war auch sehr schön. Wo willst du die Ladung stehen haben, fragen wir mal. Und stellen sie ihm da hinten hin. Sollte ja jetzt hier kein Problem sein, besonders mit einem Hänger. Das geht immer recht easy. Wenn ihr euch fragt, mit was für einem Lenkrad oder Pedale oder sonst was ich spiele, könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Da habe ich meist alles immer verlinkt. Und ansonsten werde ich jetzt hier noch schön einparken. So. Oh, schaut euch das jetzt an hier auch mit der Beleuchtung nochmal hier im Heck. Das finde ich halt echt praktisch. Und das zeigt halt auch schon, dass er durchaus für ein bisschen Offroad gemacht ist, wo eben nicht immer ein Licht zur Verfügung steht. Das ist halt wirklich gut. So. Bisschen schräg noch. Aber das kriegen wir noch besser hin, natürlich. So. Bisschen korrigieren hier. Zack. Rückwärtsgang. Und jetzt noch die restlichen paar Meterchen. Hoffentlich unverrutscht. Die schönen 6 Tonnen Bohnen, ne. Sehr schön. Und da hat er es auch schon. Wir geben die schöne Ladung ab. Und ich hätte gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die schöne Folge von ETS 2 so fandet. Wir sind für spätet angekommen. Liegt so ein bisschen auch an der Route, aber scheinbar nicht zu spät. Weil gut, ein bisschen. In diesem Sinne. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns für das nächste Mal. Macht's gut. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.